Hallo zusammen, ich habe hier einen halben Kühlschrank und zwar ist das von Vitrifrigo, den DW360. Das ist dieser Kühlschrank hier. Ihr seht, das Ding ist oben noch Kühlschrank und unten dann zwei Auszüge. Bei der Version habe ich hier einen Tiefkühler und unten für Getränke, also Pluskühlung. Und eben oben drauf kommt dann noch der Tiefkühler, der wurde jetzt aber demontiert, weil es ging nicht ganz zum Boothaus. Und wir sehen es hier auf der Zeichnung an sich, sind das zwei unterschiedliche Geräte. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, wenn ihr irgendwann Maß braucht von dem Teil. Ja, zum Kühlschrank selber, ich habe hier diese Öffnungen, ich habe unten einen Auszug. Wir schauen jetzt das aus der Nähe an. Also unten sitzt dieser Kühlschrank. Also ein Auszug, ich kann hier 1,5 Liter Flaschen stellen. Und hier oben habe ich dann den Tiefkühler. Tiefkühler ist hier definiert mit, ihr seht hier noch den Thermometer, der ist bei minus 10 Grad. Also viel mehr macht er es nicht. Wenn ihr hier von der Lebensmittelkontrolle kommt oder gewerblich Geräte baut, dann ist das Teil zu schwach. Auf der hinteren Seite habe ich unten für so ein Gerät mit halber Tiefkühler habe ich ein BD50 von Danfoss. Ja, weil Vitry hat keine stärkeren Kompressoren im Sortiment. Also die 100, 120er und noch größere führen sie nicht. Sie bauen alles mit dem 50er und dem 35er. Ich habe hier einen 230 Volt Eingang. Ganz spezifisch hier, wenn ich diesem 50er mit diesem großen Volumen an Wärmetauscher bauen will, brauche ich einen Startregler. Ein Startregler ist ein Ventil, das beim Anlauf die Leistung drosselt. Es drosselt die Leistung, bis der Kühlschrank unter 0 Grad hat und dann macht es auf oder ist dann offen. Und so braucht der Kompressor weniger Strom. Also ist es im Prinzip ein Leistungsvernichtungsventil. Ohne würde der Kühlschrank nicht funktionieren. Ich habe hier zwei Abgänge, das eine ist die Kälteleitung, die geht hier rein und das hier ist eine Rahmenheizung. Das heißt, das heiße Gas vom Kühlschrank wird hier hochgeführt, in der Wand nach vorn und vorne über den Rahmen wird der Rahmen geheizt. Das heißt, dass ich die Türe auf und zu bringe. Wenn sich jemand hier über Stromverbrauch wundert, das ist ein Schiff mit, keine Ahnung, die haben auch Batterien drin. Hier haben wir einen Tagesbedarf von 800 Watt ohne Probleme pro Tag. Da interessiert auch keinen mehr. Wir haben hier ein 12 Volt Gerät. Punkt, Energie-Label könnt ihr auch vergessen. Das geht auch unter Energie-Label, kein Energie-Label. Das ist dieser ganz große, der DW360. Und diese Version hier ist der DW180. Also Großkühlschränke für 12 Volt. Tiefkühlung, Kühlung. Es gibt die Version auch nur Kühlung, Kühlung. Es gibt noch eine Version Kühlung Eiswürfler. Tiefkühlung Eiswürfler. Ja, jedem, was er will. Somit wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.